Und jetzt schauen wir uns an, wie Cookies rechtlich geregelt sind. Fangen wir an, 2003 gab es die E-Privacy-Richtlinie, da stand schon drin, dass Daten auf Endgeräten nur dann gespeichert werden dürfen, wenn die Einwilligung erteilt wurde, also die vorherige Einwilligung des Nutzers oder wenn es sich um unbedingt erforderliche Daten handelt für das Anbieten des Dienstes. Dann ist lange Zeit nichts passiert, niemand hat das wirklich so beachtet. Dann kam die DSGVO und alle haben gesagt, was ist jetzt eigentlich mit der DSGVO, was gilt jetzt? Dann kamen irgendwann diese Cookie-Banner, irgendwann haben die Leute gemerkt, okay, eigentlich gibt es ja diese E-Privacy-Richtlinie von 2003, die hatte aber der Gesetzgeber noch nicht in deutsches Recht umgesetzt, dann gibt es die DSGVO, die verbietet ja grundsätzlich des verarbeitenden personenbezogener Daten, wozu ja auch IP-Adressen und so gehören. Da ist aber dann die Frage, berechtigtes Interesse an Cookies ja, nein oder braucht man auch eine Einwilligung? Und jetzt hat der EuGH 2019 im Oktober entschieden, zack, Cookies nur dann ohne vorherige Einwilligung, wenn sie zwingend erforderlich für den Seitenaufbau sind. Ansonsten immer diese Cookie-Banner, wo man dann klickt, okay. Und wenn man nicht auf okay klickt, dürfen diese Cookies, die nicht zwingend notwendig sind, nicht gespeichert werden. Ganz wichtig. Viele Cookie-Banner können das gar nicht. Also das muss das Cookie-Banner dann auch leisten. Und jetzt seit 01.12.2021 gibt es das TTDSG. Das ist, ich weiß gar nicht, wie dieses Gesetz, das ist ein deutsches Bundesgesetz. Ich weiß es nicht den genauen, die Langform des Gesetzes. Müsste jetzt nachschauen, mache ich jetzt nicht. Ich blende es kurz ein. So, das TTDSG seit 01.12.2021 gilt es. Und regelt das, was eigentlich eh schon in der E-Privacy-Richtlinie stand. Und das steht jetzt im TTDSG eigentlich in § 25 auch so drin. Nämlich das Speichern oder das Zugreifen auf Daten in der Endeinrichtung des Nutzers. Also Endeinrichtung, das kann ein iPhone, ein Computer, was weiß ich sein. So, und nicht nur das Speichern von Daten, also Cookies ist nur mit Einwilligung zulässig, sondern auch der Zugriff auf solche Daten. So, also durch das TTDSG hat sich eigentlich nichts geändert. Es gilt das, was der OEGH 2019 im Oktober eh schon bestätigt hat. Aber jetzt kommt's. Zugriff auf Endeinrichtung betrifft nicht nur Cookies. Denn viele Website-Betreiber und viele Online-Marketer haben sich gedacht, okay, ich bin schlau. Wenn Cookies nicht mehr zulässig sind ohne Einwilligung, dann mache ich einfach was anderes. Dann identifiziere ich die entsprechende Person nicht mehr anhand eines Cookies, sondern ich schaue mir an, welche Spracheinstellungen hat er im Browser, was für eine, was für einen Prozessor hat sein Endgerät, wie viel Speicherkapazität hat das Endgerät, welche Auflösung hat sein Bildschirm und 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 und. Diese gesamten Einstellungen des Systems, auf das eine Website zugreifen kann, aus dem kann man einen relativ eindeutigen sogenannten Fingerprint machen. Das nennt man Device Fingerprinting. So, und jetzt gelingt es also auch ohne Cookies, durch dieses Device Fingerprinting zu wissen, okay, die Person, die war schon mal hier. Und die Person, der geben wir jetzt einfach das Pseudonym Y und Y bekommt also jetzt immer Nike und Adidas Schuhe eingeblendet. So funktioniert es also auch ohne Cookies. Ist es zulässig? Es gibt keine gerichtliche Entscheidung dazu, aber ich bin mir sicher, dass der EuGH auch beim Device Fingerprinting sagen würde, nein, nicht zulässig. Einfach, weil der EuGH immer strenger wird, was Datenschutz betrifft und selbst wenn wir hier gar kein datenschutzrechtliches Problem haben, also es ist gar nicht klar, ob anhand des Device Fingerprintings eine Person identifizierbar ist. Aber die E-Privacy-Richtlinie und das TTDSG sind ja da eindeutig. Die sagen, dass man auch auf Daten im Endgerät in der Endanrichtung nicht zugreifen darf. Ob das jetzt personenbezogene Daten sind, dieser Device, der Device Fingerprint oder nicht, spielt eigentlich da gar keine Rolle. Also das ist dann auch gar kein Problem der DSGVO, sondern eigentlich der E-Privacy-Richtlinie und des TTDSG. Und der EuGH wird sicherlich irgendwann mal entscheiden, dass auch andere Technologien als Cookies nicht erlaubt sind. So, was merken wir uns eigentlich? Und in dem Zusammenhang möchte ich noch eins sagen. Apple hat diese Möglichkeiten des Device Fingerprinting ohnehin schon stark eingeschränkt mit, ich glaube seit dem iOS 14. Da hat Apple eh schon die Möglichkeiten des Zugriffs von Diensten auf Gerätedaten schon stark eingeschränkt, aber komplett einschränken kann auch Apple das nicht. Also Dinge wie die Bildschirmauflösung, Spracheinstellung und so weiter, sowas kann wohl auch Apple nicht komplett unterbinden. Das heißt ein Device Fingerprinting ist immer noch irgendwie möglich. Was merken wir uns also? Online Marketing oder digitales Marketing, vor allem das gezielte Targeting mit gezielten Werbeeinblendungen wird immer schwieriger. Es gibt zwar so gewisse Sachen wie Interpolation, dass man sagt, okay, man macht einfach so eine, also man rechnet hoch, man hat ein paar, die geben eine Einwilligung und dann rechnet man hoch und so. Aber so wie es früher war, dass man einfach jeden Online, jeden Besucher eines Shops genau verfolgen kann. So ist es heute nicht mehr. Streng genommen ist es nur noch wirklich mit Einwilligung möglich und diese Einwilligung, wie Sie wissen, erteilen vielleicht noch 10, 20 Prozent höchstens. Also die Möglichkeiten sind stark eingeschränkt, sowohl was Cookies betrifft, als auch andere Technologien wie Device Fingerprinting. Und so, was droht jetzt eigentlich? Naja, im schlimmsten Falle, wenn es um personenbezogenen Daten geht, also wenn irgendwo eine IP-Adresse verarbeitet wird oder sowas, Bußgelder nach der DSGVO, das wissen Sie, 40 Millionen Höchstgrenze oder vier Prozent des Vorjahresumsatzes des weltweiten, okay. Nein, so hoch wird es wahrscheinlich eine Strafe für einen kleineren Onlineshop oder einen mittelgroßen Onlineshop nicht ausfallen, aber die Bußgelder werden sicherlich empfindlicher. Und dann enthält zum Beispiel das TTDSG eine eigene Bußgeldvorschrift, nämlich Bußgelder bis zu 300.000 Euro für einen Verstoß gegen diesen Paragraph 25, der Cookies, aber auch Device Fingerprinting betrifft. Und das hat dann nichts mehr mit der DSGVO zu tun, sondern das TTDSG hat unabhängig von personenbezogenen Daten einen eigenen Bußgeldkatalog oder eine eigene Bußgeldvorschrift. Ich kann nur empfehlen, aufpassen. Ich persönlich betreibe ja kein Targeting oder keine Werbeanblendungen, sondern ich mache Content Marketing, bin auf einer ganz anderen Schiene unterwegs, noch. Aber allen Onlineshops und Marketern, die mit Performance Marketing arbeiten, mit Cookies und so, passen sie auf, weil die Behörden werden immer strenger und es verschärft sich nach und nach. Über die Jahre, ich spüre das ja, 2017 haben die Leute angefangen so ein Bauchkribbeln zu kriegen, 2018 kam die DSGVO, dann gab es noch so ein bisschen eine Schonfrist. 2019 hat der EuGH nochmal entschieden, Cookies nur mit Einwilligung. Irgendwann kamen die ersten Bußgelder, die wurden immer höher. Also es wird strenger. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, dass sie haben zu Weihnachten keine digitalen, sondern echte Cookies zu essen und ja, haben ein entspanntes oder haben entspannte Feiertage. Falls es mein letztes Video ist und das ist wahrscheinlich so, dann freue Weihnachten oder einfach schöne Feiertage. Gutes neues Jahr schon mal. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, liked Sie es gerne, folgen Sie meinem Kanal und wenn es Fragen gibt dazu, gerne in die Kommentare. Ich beantworte die auch gerne. Also bis zum nächsten Mal. Tschau.